Dringende Shiba Inu CEO lenkt den neuen Plan durch, um Shiba Inu auf 10 Cent zu bringen. Chaitoshis neuer Plan. Hallo Leute, willkommen auf unserem Kanal. Heute in diesem Video werden wir diskutieren, ob der Shipcoin innerhalb weniger Monate auf 0,1 Dollar steigen wird. Aber bevor wir mit dem Video beginnen, stelle sicher, dass du diesem Video einen großen Daumen nach oben gibst. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, vergiss ihn nicht zu abonnieren bevor du gehst. Klicke auch auf das Glockensymbol, damit du benachsteigt wirst, wenn wir ein neues Video hochladen. Doch bevor wir nun zum Thema dieses Videos kommen, möchte ich dir mitteilen, dass dieses Video keine Finanzberatung oder Anlageberatung ist, sondern nur meine persönliche Meinung. Aber nun zurück zum Video. Nach einem harten Sommer steigen die Kryptowährungspreise wieder. Bitcoin und Ethereum machten kürzlich Schlagzeilen, weil sie Rekordhochs erreichten. Wobei Bitcoin 60.000 US-Dollar pro Token erreichte und Ethereum auf mehr als 4.400 Dollar pro Token stieg. Aber es gibt eine andere neue Kryptowährung, die Aufmerksamkeit erregt und die Anleger beginnen dies zur Kenntnis zu nehmen. Shiba Inu wurde im August 2020 auf den Markt gebracht und hat in den letzten Wochen die Kryptowelt im Sturm erobert. Der Preis ist laut Kryptodatenaggregator CoinGecko in den letzten 30 Tagen um mehr als 800% gestiegen und im letzten Jahr um erstaunliche 93 Millionen% gestiegen. Bei solchen Renditen scheint Shiba Inu eine einfache Investition zu sein, die sie reich machen kann. Aber ist es wirklich die richtige Investition für sie? Hier ist, was sie wissen müssen. Was ist über Shiba Inu zu wissen? Zunächst ist zu beobachten, dass Kryptowährungen im Allgemeinen Risiken unterliegen. Dies liegt an der Extremvolatilität in der Branche. Wenn sie nicht aufpassen, können sie schnell viel Geld verlieren. Zum Beispiel erreichte Shiba bis vor kurzem im Mai ein Hoch von 0,0000388 Dollar. Von diesem Punkt im Juli stürzte er jedoch um 85% ab. Außerdem hat Shiba erst in diesem Jahr den Handel gestartet. Neuere Kryptowährungen sind riskanter als solche, die es schon länger gibt wie Bitcoin. Und könnten sie anfälliger für Betrügereien machen. Das wichtigste über Shiba ist, dass es weithin als Meme-Münze bekannt ist. Eine Meme-Münze profitiert normalerweise von einem Social Media oder Internet basierten Witz. Zum Beispiel begann die große Kundgebung in diesem Monat damit, dass der Milliardär Elon Musk ein Bild seiner Shiba-Welpen auf Twitter veröffentlichte. Herr Musk hat das Leben mit einer anderen beliebten Meme-Münze gemacht, wie als Dogecoin bekannt ist. Apropos die Shiba-Token enthalten den gleichen Hund von Dogecoin. Manchmal wird Shiba als Dogecoin-Killer bezeichnet. Marie Tatibue, Chief Marketing Officer der Kryptobörse Gate.io, sagte gegenüber The Sun, dass Meme-Coin sich genauso verhalten wie der Reddit-Mob dieses Jahr Hedgefonds trollt hat. Sie sagte, Hunde-Meme-Münzen haben die gleiche Sentimentalität und fast kultähnliche Wirkung auf ihre Gemeinschaft. Shiba bietet zusätzlichen Nutzen, da es auf Ethereum basiert. Dogecoin wurde 2013 als Fork der Bitcoin-Blockchain geschaffen. Es war als Shares gedacht, um zu zeigen, wie einfach es für jeden war, eine Kryptowährung aufzubauen, die wie Bitcoin funktionierte. Shiba Inu ist kein Fork von Bitcoin und hat keinen nativen Token einer Blockchain wie Dogecoin. Shiba wird stattdessen von einem Ethereum-Smart Contract unterstützt. Smart Contracts sind auf Ethereum öffentlich und können wie auf offene APIs betrachtet werden. Ethereum-Entwickler können dezentrale Anwendungen erstellen, die sich reibungslos mit anderen dezentralen Anwendungen verbinden und neue Dienstprogramme können leicht für neue Token erstellt werden, die auf Ethereum basieren. Diese zusätzlichen Dienstprogramme, die für Shiba Inu entwickelt wurden, sind der Grund, warum es das Etikett Dogecoin-Killer trägt. Das Shiba Inu-Token-Ökosystem umfasst eine dezentrale Börse namens ShibaSwap. Der Shiba Inu-Token wurde in die Börse integriert und hat dieser über die reine Spekulation hinaus neue Funktionalität verliehen. Es gibt auch zwei weitere Token innerhalb des Shiba Inu-Ökosystems. Bone und Leech. Die mit Shiba und ShibaSwap verbunden sind, um die potenzielle Rendite für die Teilnehmer des Ökosystems zu erhöhen. Der Leech-Token war ursprünglich ein Rebase-Token, der in Dogecoin gebunden ist, bei dem Preisänderungen von Doge den Preis von Leech beeinflussen. Dieses Modell wurde nach der Einführung des Tokens verworfen und der Token wird nun innerhalb des Shiba Inu-Ökosystems einen separaten Nutzen haben. Leech ist fast das Gegenteil von Shib, da ist eine geringe Umlaufmenge von 100.000 Token und einem hohen Einzelpreis pro Token. 4.232,23 US-Dollar hat. Dies soll Shiba eine andere Anziehungskraft verleihen. Der Bone-Token ist der Governance-Token des Shiba Inu-Ökosystems und das Team sagt, dass er für die zukünftigen Defi-Pläne des Projekts von zentraler Bedeutung sein wird. Alle Token im Shiba Inu-Ökosystem können entweder vergraben oder ausgegraben werden. Vergraben ist ein anderer Begriff für Abstecken und Graben ist ein anderer Begriff für Ertragslandwirtschaft. Wenn Shiba Inu-Benutzer Shiba-Token vergraben, erhalten sie als Belohnung Bone-Token. Ship wird zu X-Ship, wenn es vergraben oder ausgegraben wird und sich 3% aller Knochen pro Block in X-Shipse ansammeln. X-Ship erhält auch 0,3% aller Ethereum-Swap-Transaktionsgebühren, die in der Shiba-Swap-Börse anfallen. Das Ausgaben kann erfolgen, indem man sich Shib Ethereum Univises 2-Pools Liquidität hinzufügt. LP-Token verdient man und diese Token dann absteckt. Oder sie können Shiba-Swap-Pools mit Liquidität versorgen. Es gibt auch eine Infrastruktur für Bone-Unleash-Token, die in Ertragslandwirtschaftsprogramme eingesetzt oder gesperrt werden können, wo sie in T-Bone und X-Lich umgewandelt werden können. Während der zusätzliche Zusatznutzen, den der Shiba-Swap bietet, einen Wert für den Shiba-Token schafft, scheint der größte Teil des Wertes des Tokens durch Spekulation getrieben zu sein. Sollten sie jetzt in Shiba Inu investieren? Bevor sie irgendwo investieren, ist es wichtig, die zugrunde liegenden Fundamentaldaten der Anlage selbst zu verstehen. Nur weil der Preis einer Aktie oder Kryptowährung über Nacht explodiert ist, bedeutet das nicht unbedingt, dass es sich um einen guten Kauf handelt. Und in vielen Fällen ist ein plötzlicher Preiseinstieg eine rote Flagge. Im Fall von Shiba Inu ist der Preis vor allem deshalb in die Höhe geschossen, weil Kleinanleger Token als kurzfristige Investitionen aufgeladen haben. Diese Anleger sammeln sich oft, um eine bestimmte Aktie oder Kryptowährung investieren, stark, sodass der Preis dramatisch steigt und verkaufen dann, wenn der Preis seinen Höchststand erreicht. Diese Arten von Investitionen können unglaublich riskant sein, da ihre Preise nicht immer mit den zugrunde liegenden Fundamentaldaten übereinstimmen. Shiba Inu hat derzeit nur sehr wenig praktischen Nutzen und sein Preis steigt hauptsächlich aufgrund seiner Anhängergemeinschaft. Wenn diese Anhänger eines Tages beschließen, ihre Token zu verkaufen und zu einer anderen Investition überzugehen, wird Shiba Inu fast seinen gesamten Wert verlieren. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, mit Investitionen in Shiba Inu Geld zu verdienen, aber es ist eine Herausforderung. Sofern es keinen realen Nutzen und einen starken Wettbewerbsvorteil im Kryptobereich entwickelt, besteht dann eine gute Chance, dass es abstürzt und schließlich verbrennt. Wenn sie nicht im richtigen Moment verkaufen, können sie viel Geld verlieren. Aus diesen Gründen ist Shiba Inu eine risikoreiche und potenziell gefährliche Investition. Es ist nicht für jeden geeignet und es gibt sichere Anlagestrategien, um ihre Erträge zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Eine sichere Art zu investieren. Die gute Nachricht ist, dass es immer noch möglich ist, mit der Börse reich zu werden und sogar Millionär zu werden, ohne auf risikoreiche kurzfristige Anlagen zu setzen. Auch wenn es vielleicht nicht so aufregend ist, ist ein langsamer, aber stetiger Ansatz ein weitaus effektiver Weg, um an der Börse Vermögen aufzubauen. Diese Strategie besteht darin, starke Aktien von gesunden Unternehmen zu kaufen und diese Investitionen dann so lange wie möglich zu halten. Fundamental gesunde Unternehmen werden im Laufe der Zeit wahrscheinlich konstant wachsen und ihre Aktienkurse werden allmählich steigen. Während diese Aktien möglicherweise kein explosives Wachstum verzeichnen, ist es auch weniger wahrscheinlich, dass sie bei dieser Art von Anlage Geld verlieren. Während kurzfristige Investitionen wie Shiba Inu verlockend sein mögen, sind sie auch unglaublich riskant, indem sie jedoch eine langfristige Perspektive beibehalten und die richtigen Investitionen auswählen, können sie nach und nach ein robustes Portfolio im Wert von 100.000 von Dollar oder mehr aufbauen. Wird Shiba Inu dieses Jahr 0,1 Dollar erreichen? Insgesamt ist es aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, die ihn beeinflussen, schwer vorzusagen, wie sich der Preis von Shiba Inu in Zukunft verändern wird. Dazu gehören regulatorische Durchgriffe auf der ganzen Welt und Kommentare von hochkarätigen Personen wie Mask und andere Entwicklungen. Frau Tati Bue merkte an, dass es schwer vorherzusagen sei, was die Gemeinde als nächstes tun wird, aber dass die Shiba Rally bald abkühlt. Sie sagte, wir werden noch mehr Nullen essen oder werden abstützen und verbrennen. Ich sehe jedoch kurzfristig eine Korrektur, da der Hype etwas nachlässt. Aber ein wichtiger Grund für den Anstieg in letzter Zeit ist nicht nur der Einfluss von Herrn Mask, sondern es besteht Optimismus, dass die Meme-Münze auf Robin Hood gelistet wird. Dies ist über eine Petition, die dieses Jahr auf Change.org gestartet wurde, um bitte an Robin Hood zu bitten, Shiba Inu-Münzen aufzulisten. Kürzlich übertraf die Petition mehr als 450.000 Unterschriften, knapp unter ihrem Ziel von 500.000. Shiba wurde an weiteren großen Börsen hinzugefügt, darunter Coinbase Global. Obwohl es noch nicht so Robin Hood hinzugefügt wurde, sagte Jordan McCreary, Gründungspartner und in Grand Media eine Marketingfirma, die Kryptowährungsprogramme und Strategien umsetzt. Shiba braucht Robin Hood nicht, um erfolgreich zu sein. Zu den Preisprognosen sagte McCreary, Ich glaube, Shiba hat ein echtes Potenzial, von einem Bruchteil eines Cents auf 0,01 Dollar oder mehr zu wachsen. In den kommenden Wochen, wenn wir 2021 abschließen, wird der Preis wahrscheinlich nur weiterlaufen. Aber einige Kryptoprognostiker sind bei der von Mask angepriesen Kryptowährung gemischt. Zum Beispiel erwartet die Kryptowebsite Wallet Investor, dass Shiba in einem Jahr nur noch 0,000094 Dollar wert ist. Die CoinPrice Forecast hingegen sagt voraus, dass Shiba bis Ende 2021 auf 0,00027522 Dollar und Mitte nächsten Jahres auf 0,0032447 Dollar geschätzt wird. Es scheint zwar möglich zu sein, dass Shiba Inu in Zukunft weitere Gewinne verzeichnen kann, aber bedenken Sie, dass es von jetzt an bis zum Jahresende um erst 199.000 Prozent steigen müsste, um 0,1 Dollar zu erreichen. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.